Ich mache auch mal bei dir einen gezielten Stich. Das mit dem Armatrotz werde ich trotzdem ignorieren. Also, der Armatrotz zählt voll und ganz. Wie es regeltechnisch aussieht, können wir uns dann ein anderes Mal überlegen. Aber ich möchte zumindest an deiner profanen Rüstung vorbeistechen. Das würde gelingen. Ja, das ist eine Finden-Variante, ne? Der gezielte Stich ist eine Finte, ja. Glaub schon. Prinzipiell, ja. Ich kann nämlich keine Wucht reinlegen. Hast du die mit einer Ansage versehen? Nee, einfach nur ein gezielter Stich. Die Grundansage von einem gezielten Stich ist 4 plus Halberüstung, falls das für dich zählt. Nee, aber man kann sich die ja, glaube ich, noch erschweren. Ja, genau. Du kannst weiterfinden, aber habe ich nicht. Okay, gut. Dann mache ich eine Meisterparade plus 4. Wie viele Punkte? Ja, macht Schaden. Okay, Speer. Das sind elf. Ich steche an deiner profanen Rüstung vorbei, aber nicht am Armatrotz. Und dann ist die Frage, wie viel SP du bekommst? Ähm, dann ziehe ich 4 ab. Also bin ich bei 7. Das wird wahrscheinlich keine Wunde sein, oder? Nee, das ist keine Wunde. Die Wunschwelle minus 2, aber wird trotzdem keine sein. Genau, also ich habe eine 9er und du hast jetzt 7 gemacht. Genau, dann ist die zweite Schwerattacke aber gelungen. Die kannst du noch parieren. Du hast aber noch die andere Schwernis von deinem Meisterparade. Hm, wieso kann ich die parieren? Ich habe doch schon gerade pariert. Kannst du nicht parieren? Ich habe gerade angegriffen und pariert. Du hast recht. Dann kommen nochmal gezielt gestochen, nochmal elf. Also an der profanen Rüstung vorbei? Wie genau, das ist das gleiche nochmal. Also der gleiche Schaden nochmal auf das rechte Bein. Also wieder keine Wunde, ist einfach nur dann der Schaden wieder. Ja, ich muss aber trotzdem gucken, ob ich noch auf den Beinen bleibe, weil ich bin jetzt bei 3 LEP. Ah. Bist du nicht eisern? Natürlich bin ich das. Dann musst du nicht proben. Dann kannst du weiterkämpfen. Du kannst bis 0 LEP weiterkämpfen. Ach ja, stimmt, das war es mit eisern und nicht mit Cairund. Genau, eisern und Cairund. Also Cairund ist nochmal wichtig, wenn du stirbst gleich, aber Cairund 21 ist fertig. Meine Morduren haben angegriffen, noch nicht an, noch nicht ganz. Alter, da fehlen noch welche. Ich mache erstmal Raphim, der schreitet weiter zu. Ich würfel gleich, gleich würfel ich die Mordprobe für die Morduren. Regeltechnisch ist das nur, wenn die mich angreifen wollen. Ich weiß natürlich nicht, was das für ein Raphim hat. Du hast gerade deren Champion gekillt. Du hast gerade den Krakon geweihten von denen, gerade filetiert und läufst jetzt mit donnerndem... Die Brücke stürzt gleich ein. Also die werden vielleicht von der Brücke runterspringen. Vielleicht kämpfst du noch gegen den Hummeri, aber vielleicht also die kleinen auf und frei gleich weg. Und ich wollte dir nur die Regeln sagen. Ja, du musst gegen den Kämpfer Mira zu retten. Holuren. getan, was ich konnte, jetzt ist an dir. Dieser Rund ist fertig, ich möchte aber gerne zu Lamin. Nee, ich glaube, ich fange mit Abelmir an. Der, der mit Abelmir kämpft, wird wieder gezielt stechen. Kann ich machen, draus, bin da und komme ich nicht wehren. Oder kann ich... Also, was ist denn bei dir passiert? Er hat mich dann mit einem gezielten Stichdown... Achso, genau, du bist kampfunfähig. Genau. Dann W6 plus wir auch noch kampfunfähig. Du würdest dich jetzt gleich Todesstoßen. Möchtest du dein Schicksalspunkt verbrennen? Ja, muss ich ja wohl. Wie viele Lebenspunkte hast du denn noch? 20. Du kannst erst abwarten, was passiert. Du kannst erst abwarten. Ja, du warst hier abwarten. Also, du bist kampfunfähig, damit dass meine Attacke erschwert, erleichtert um 8. Ich setze einen Todesstoß an, ist eine Attacke plus 8, also plus minus 0. Damit treffe ich auf die 19, das ist geschafft. Dann mache ich, glaube ich, dreifachen Schaden und wenn ich... Nein, du machst ganz normalen Schaden und nur eine Wunde zusätzlich. Beim Todesstoß? Warte. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Das gucken wir uns sofort. Das ist ja heute nicht dreifacher Schaden. Ein komisches Manöver, was nicht zeitgabend ist. Todesstoß ist das drittwertloseste Manöver im Ganzen. Er ist trotzdem Schwerkämpfer. Aber trotzdem, wie ist man mir vor? Sekunde, ich suche gerade den wichtigen Teil. Gelingt dieser Angriff und kann der Verteidiger nicht parieren, dann ist dem Angriff hat potenziell Kampfentscheidender Stoß gelungen. Bei der Ermittlung der Schadenspunkte wird die Rüstung nicht jedoch natürlich er ist. AKH-Matrotz ignoriert. Trefferpunkte sind also Schadenspunkte. Die Wundschwelle des Verteidigers ist zum 2 reduziert und es werden automatisch zwei zusätzliche Wunden verursacht. Ja, das sind also drei Wunden. Ja, das macht halt viele Wunden, aber kein Damage. Würfel mal die Trefferzone. Ich oder? Habe ich doch schon Schildarm. Schildarm, dann hast du drei Wunden am Schildarm. Das macht den Arm generell jetzt erstmal unbenutzbar, aber ist nicht tödlich. Du kannst auch vorher verbrennen, dann wenn du vorher verbrennst, dann wird er sich jetzt wem anders zuwenden. Oder du nimmst es hin und hast halt noch eine Runde getankt. Deine Entscheidung. Schwierig, schwierig, schwierig. Da kommen doch Legionäre, ne? Ich weiß das nur. Verbrennen, schon. Okay, dann wird er auf dich stechen, sticht so ein bisschen im Fleisch rum. Komm, du nimmst, du, ja, komm, du nimmst, du nimmst 5 SP nimmst du und so ein bisschen lustlos, ne? Der Kampf ist gewonnen, sticht ihn lustlos, seinen ekelhaft vergifteten Speer in den Bauch und dreht sich dann mit seinem hinterhältigen, gelben, gelbäugigen Grinsen in Richtung von Zulamin und vor allem jetzt auch in Richtung Boltax. Er sieht mich ja nicht. Er sieht dich nicht, aber er sieht die Dunkelheit und er weiß, dass du da bist, irgendwo. Oder ein Hashtort, also, ja, ich habe keine Ahnung. Der andere Monure, der Zulamin angreifen möchte, würde ganz gern einmal angreifen, einmal parieren. Gut, ich würde den gerne vorher töten, das heißt, ich greife den zuerst an. Ja, du kannst auch zweimal, oder? Ja, du kannst zweimal vorher angreifen. Ja, vielleicht reicht das ja schon. Die kann sogar ihren, warte, ne, doch nicht, okay, sorry. Dann sagen wir mal erstmal Vierer Finte, Zweier Wurftschlag an. Ich würfel die Parade nochmal, auch wenn ich gelogen hatte, aber hast du eine Finte noch angesagt. Ich würfel noch nochmal. Ja, Finte hat geklappt. Die kann ihre Dritte im Ring doch durchbringen, wenn sie möchte. Also, ich könnte alle drei Aktionen machen. Im Prinzip ja. Er hat nicht pariert, das heißt, ich würfel jetzt erst mal schaden. Er hat pariert. Er hat pariert, doch. Ja, Sechs hat er pariert. Gut. Aber er wollte ja nur einmal parieren, das heißt, er pariert kein zweites Mal. Okay, dann machen wir jetzt einen, ne, aber treiben wir es nicht. Sechser Wurftschlag. Nice. Dann ist deine nächste Aktion noch ein Sechser Schwert. Und drei, Klingentänzer. Ich würde den gerne neu würfeln. Hast du noch einen Schicksalspunkt? Ja. Dann los. Den Bauch. Den Bauch. Schadenspunkte. Früstungsschutz ist drei. Und zwei Runden, oder? Sorry, ich habe die 22 noch gesehen. Nein, 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 ich habe die 23, 14, oder? War da ein Wurftschlag mit drin? Ja. Zusätzlich mit der Erschwernis? Ja, Schwerenis hattest du sowieso schon mit der Plus 6. Ach nein, ich habe neu gewürfelt. Das ist nicht die nächste Aktion, sondern ich habe den nicht misslungen geschippt. Ach so, ja, dann hast du recht. Okay, dann sind es, was hast du gesagt? 8 plus 6 sind 14, minus 3 sind 11. Das ist eine Wunde, das kriegt doch ein W6 extra schaffen. Das ist eine Wunde, kannst du mal würfeln. Aber er bleibt stehen. Frage ist, wie viel der Leber am Ende noch hat. Das ist der von, ach, das ist die 10, ja, dann ist er tot. Ja. Ich habe gerade auf der Karte mal geguckt, das ist der, der schon Schaden kassiert. Dann ist er tot. Kannst du die Szene gerne beschreiben, wenn du möchtest. Gut. Ja, plötzlich ist unvermittelt mitten in der Formation einer der Moluren in wilde Zuckungen ausgebrochen und das hat die, äh, Formation völlig zerstört. Ähm, Sulamin hat diese Gelegenheit sofort genutzt, bevor sich die Lücke wieder schließen konnte. Den ersten Schlag konnte die Kreatur noch parieren, aber nicht den zweiten. Und, ähm, so fährt, äh, der Säbel einmal, äh, über seinen Bauch und, äh, die Kreatur bricht zusammen. Sulamin ist fertig, ich hatte vorgezogen. Nein, ich, ich habe jetzt, ich habe jetzt noch eine Aktion übrig, mhm, wer der Abelmir niedergestochen hat, äh, kann nichts mehr tun. Äh, richtig, du kannst dich vorhin positionieren, jetzt benagt in Position. Kann vorhin mit freien Schritten hingehen und ihn dann haben. Gut, dann werde ich das tun. Wenn der nah genug ist, dann gehen wir mal Abelmir retten. Er war nah genug, um Abelmir in den Satz zu stechen, der direkt hinter dem anderen stammt, also muss er nah genug sein. Ja, passt. Ähm, er macht auch Freie Aktion und geht, äh, zwei Schritte nach hinten. Da kommt er in, in den Bereich des Bären, oder? Ja, der Bär ist aber gerade nicht zufrieden. Ja, okay, ja, okay, übertragen müssen. Ich kann aber drei Schritte gehen. Ja, er kann trotzdem, also du musst halt, äh, du musst halt mehrere Meter gehen. Meinetwegen, du gehst vier, er geht zwei zurück, dann reicht das trotzdem nicht. Also, das funktioniert in dieser Kampf ohne nicht mehr, äh, weil er einfach auch wieder nach hinten geht. So. Aber er hat von Abelmir abgelassen. Das ist richtig, ähm, jetzt bekommt aber Jalan zwei SP, Iserun bekommt, äh, drei SP und Abelmir bekommt ein SP. Dann, nächste Kampfrunde, Stopp, die Moluren würfeln Mut. Ich würfel eine Mutprobe für die. Nö. Für den, äh, äh, oberste Homeria würfel ich regeltechnisch noch nicht, aber Rafim hat die Brücke erreicht. Dann. Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich Rafim kommen höre, beziehungsweise mich dann umdrehe und sehe, lasse ich, äh, die Dunkelheit auch fallen. Mhm. Dunkelheit verschwindet. Also, du hoffst, dass das Rafim ist. 15. Beutag lässt es fallen, äh, das ist die erste Aktion. Stopp, ich zieh mit der 16 vor, ich würde hier gerne Jalan. Dann, nee, äh, ich möchte nur Mira. Ich werde fallen, Bären, Bären, Bären. Ja, das ist richtig, äh, Mira wird, äh, Hände barriert. Todesmutig dazwischen. Aua, 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 aua. Es sind nur, es sind nur, es sind nur neun verdoppelt, alles wird gut, es sind nur neun verdoppelt. Ähm, die Schere ist eins, bestätigt eins, sind nur 18. Das erste sind 16 Schaden. Mira hat acht Rüstungen, dementsprechend kriegt Mira acht Schaden. Das zweite sind 18 Schaden, Mira hat immer noch acht Rüstungen, also kriegt Mira zehn Schaden. Und ne Wunde. Ist das ne Wunde bei Mira? Nein. Aber Crit macht Autowunde. Stimmt, das, oh, das, das hätte ich ja vorher auch schon, naja, richtig, Crit macht Autowunde. Oh, das wusste ich ja auch tatsächlich auch nicht. Doch, ist so. Dann gib mir ne Zone. Obwohl, ich kann auch selber. Musst du selber, ich hab keinen auf dem NCB-NPZ. Äh, Bauch. Dann kriegt Mira nochmal. Vermutlich Rücken für den Bär, aber. Ja. Ja, wurscht. Wie viel Lebenswunsch hat Mira noch? Sieben und neunzig. Hier hab ich mal angefangen, diese Augen zu machen. Ähm. Die hat halt 120. Voltax. Lässt die, äh, Dunkelheit fallen und kannst sehen, wie Rafim über die Brücke zu euch, ja, läuft, ist nicht, ist nicht richtig, ähm, Dere erzittert unter ihm. Boah! 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 Stellt euch Chor! Boah! John! Ja, und ich würde auf den letzten vor beiden verbleibenden Gegner zustürmen. Ja, du kannst weiter an Boatax vorbeilaufen. Boatax 15. Letzte Aktion. Ja, ich lege Rafim nur zu aufmunternd. Der macht das schon. Der Regel. Gut, 16 ist fertig. Isarun 21. Du siehst, wie, äh, neben dir... Nein, ich sehe nichts. Ich habe null LAP und bin bewusstlos. Null? Ah, ich denke, das Gift. Oh, ja, du, du versuchst noch, deine, deine geschwächten Hände das, das letzte Mal irgendwie nach oben zu reißen, um eine, eine letzte Parade zu machen. Da hörst du, äh, das, das wohlige Stapfen hinter dir, die göttliche Umarmung von entweder Kor oder Golgari, wo du singst auf den Boden und, äh, kannst ebenso wie Jalan, äh, die Steine neben dir zittern hören. Die Monuren klatschen mir ins Wasser. Isarun ist raus. Monuren sind raus. Rafim gegen den Oberst. Du läufst weiter auf ihn zu. Nimm mich so, wenn man da ein bisschen zur Seite. Ich gehe leeren. Ich gehe leeren. Ein bisschen zur Seite. Ähm, Tsunamin darf noch. Hm, was wird denn passieren? Wird sich der Oberst mir zuwenden? Wird er sich bewegen? Wird er zu Rafim gehen? Ähm, er möchte ganz gerne in der Nähe, also er hat ja schon diese Runde. Eben hat er gerade einen Domira, äh, erstochen. Und das nächste, was er macht, ist, dass er sich, äh, Rafim wird mit, weil Rafim ist der Gefährliche. Nicht du. Das heißt, wir sind jetzt in der neuen Kampfrunde und... Ne, nur, du hast noch, du hast noch alle Aktionen frei, aber das ist das, was in der nächsten Kampfrunde wohl passieren wird. Was noch alles, also... Du könntest Mira jetzt reiten. Drei, zwei, eins, null. Dann tust du diese Kampfrunde nichts. Ich hab noch eine Aktion in dieser Kampfrunde, ähm... Ne, 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 du hast Rafim zugenickt. Ja. Ich hab dich gefragt, du hast Rafim zugenickt, passt. Aber... Nächste Kampfrunde, 15, du bist dran. Wirklich, äh, gehe Richtung Klärtmon, beziehungsweise renne Richtung Klärtmon, weil unsere Leute ja für die Fliegen sterben und er hoffentlich was dagegen tun kann. Hoffentlich, als Parane Geweihter wäre das zumindest, äh, möglich. Ich hab gehört, die können das. 15 ist fertig. Äh, Zul-sch-gul-schre wird sich orientieren und Mira nicht mehr parieren. Die Bisse und die Krallenhiebe sind ihm egal. Er möchte Rafim stellen. Er wird also nur noch parieren, weil er sich nicht bewegt. Dann, Rafim. Äh, ja, ich laufe auf ihn zu. Ich weiß nicht, wie viele Runden ich jetzt laufen muss, aber ich will mich auf ihn zu bewegen. Ja, du siehst, wie Iserun tot am Boden liegt. Aber mir tot am Boden, Jalan, gepfählt. Er hat verloren. Alles vorbei. Gut, Brick-Sickle weiter auf ihn zu. Zul-Gaming, was tust du? Ähm, der ist jetzt in Reichweite und er will mich nicht angreifen, also kann ich ihn angreifen, oder? Du musst dich einmal in Aktion positionieren. Egal wohin, äh, in die Seite wahrscheinlich. Er kann, ja doch, er hat Stangen machen. Auf Reichweite. Ja, das auf alle Fälle jetzt. Bei denen auf alle Fälle. Aber du hast mehr als vier, du hast mehr als acht Initiative-Phasen über ihm, also du kannst dir die DK auch aussuchen. Ja, da war ja was. Kann ich mich in seinen Rücken bewegen, wenn er mich ignoriert? Mit zwei Aktionen. Da wollte ich zwei Aktionen für haben. Du könntest auch auf Mira aufspringen. Das klingt cool, aber ich habe keine besonderen Reiterkampffähigkeiten. Also ich weiß nicht. Ich kann dann von Bären aus kämpfen, aber sonst? Aber egal, das ist cool. Okay, machen wir. Alles klar. Ich gehe zu Mira und schaue dann, ob wir vom Bären aus von hinten angreifen können. Gut, dann bekommst du in der nächsten Kampfrunde, nachdem du dich positioniert hast, auf Mira eine Minus 3 und dann für den Rücken nochmal eine Minus 5. Okay. Merken wir uns. So, nächste Kampfrunde. Boltax 15, Boltax Rind weiter. Richtig. Skulschre möchte Rafim gerne hilibadieren. Er ist ein großer Gegner. Ja, ich auch. Ist, ja, ich wollte es nur sagen, ich weiß, dass du einer bist. Er möchte auf Hellebade, was ist denn das, S, ne, Janne? Äh. S? Äh. PS ist nicht. S. Es müsste S oder SN sein. Ja, also Hellebade ist auf S, Schere ist SM. Er braucht aber erst mal eine Elfer Mutprobe. Er kann mit der Schere auf. Regeltechnisch stimmt das, ja. Der Humeria ist nur S. Das heißt, wenn Rafim mehr als vier ihn hat, kann er ihn auf N9 schenken. Ja, Rafim würde immer weiter auf den Humeria zuschreiten, der jetzt auch so langsam sich zurückzieht im Angesicht von Kor. Und er kriegt ja auch mal einen sechster Wuchtschlag. Will er parieren, oder? Er muss er ja. Er kann ja nur parieren. Richtig. Und auch für ihn ist die Hellebade-Probe um 11 erschwert. Ja. Er hellebadiert auf die 9. Und die 9 minus 11, er kann nur auf die 1 parieren. Ist Rafim jetzt auf DKS oder auf DKN? Ähm, wir können gerne auf S kämpfen. Ich bin eh im Halbschwert. Ich kann auf S und auf N kämpfen. Ja, weil auf N würde er noch eine sechste Erschwernis kriegen. Ja, wir kämpfen jetzt auf S, das reicht auch so. Wir müssen den ja auch nicht komplett... Wir müssen das jetzt auch nicht mehr aus... Weil er kann halt nur noch parieren. Ich kann jetzt auch irgendwie eine Mutprobe würfeln, aber auch Hellebade 9 plus 11, das macht keinen Spaß. Und dementsprechend könntest du, Rafim, und Zulamin, ihr könnt dann gerne beschreiben, was ihr macht. Ja, Rafim würde immer weiter methodisch den Humeria nach hinten treiben, sieht schon mehr rein in seinem Rücken. Und jetzt immer nach und nach die Schere mal tritrieren. Ja, Zulamin hat sich auf die Eisbären geschwungen und hockt da jetzt über den mächtigen Schulterblättern. Mira hat sich schon dem nächsten Gegner zugewandt, weil so ein Krabbenwesen schüchtert sie natürlich nicht ein und Fulamin lässt dann ihren Säbel auf den Kienpanzer dieses Riesenviechs niederfahren, direkt von hinten und erwischt da auch eine Stelle im Nacken, die vielleicht ein bisschen weicher ist. Mit einem widerlichen Knacken könnt ihr die rote Schale durchbrechen, weißes Fleisch spritzt auf und der Oberst, der letzte verbliebene Oberst von Xeran fällt. Stille senkt sich herab. Nur noch einige gedämpfte Schüsse von der Seeadler, die rausgehen. Ihr könnt noch einmal euren Blick von der Brücke runterrichten. Boltax läuft gerade zu Leertmann und kommt mit ihm in Richtung der Brücke geeilt, um die Sterbenden wieder zurück ins Leben zu hauchen. Mit dem Gebet von Pyreine. Polverrauch, der in Luft liegt und die Belagere, die zurückschlagen mit aller Härte. Der Plan, was auch immer Xeran sich hier ausgedacht hat, könnte gescheitert sein. Doch während Leertmann zu seinem Segen ansetzt, die er die Leichen aufbaut, beziehungsweise die schwer Verwundeten, die jetzt an Gift dahin siechen, könnt ihr sehen, der Pyreine-Tempel brennt lichterloh und der Garten ist höchstwahrscheinlich entweit. Ich würde gerne eine Heilkunde-Giftprobe machen, um Leertmann zu unterstützen bei allem Möglichen, weil ja offensichtlich einige von uns gerade dabei sind, durch dieses Gift weiter Schaden zu nehmen. Gerne, Heilkunde-Gift, Waffengift, beziehungsweise auch Fischgift. Kann man auch eine Tierkunde-Probe würfeln? Nee, du hast zwar viel Erfahrung mit Giften, vor allem mit Pflanzengiften, aber das kommt aus dem Tiefen des Meeres. Der Graue Mann hat dir diese Einsicht noch nicht geschenkt. Das nächste Mal, wenn es ein nächstes Mal geben wird für sie, bist du zumindest vorbereitet. Ach, das sieht nicht gut aus. Es ist neben dir, wie Leertmann sein drittes Auge öffnet. Normalerweise ist es nicht zu sehen, aber jetzt, wo er singt, betet vor Iserun, vor Abelmir, vor Jalan, man kniet, betet, mittlerweile kannst du noch die rote Aura von Raphim flackern sehen, die so ein bisschen deine Sicht verwischt und alles irgendwie so ein bisschen dunkler macht und vor deinen Augen das Blut vibriert. Aber gemeinsam mit Leertmann und Peraine könnt ihr die Schlacht auf ein weiteres Mal verlagern. So steht ihr auf der Brücke. Ihr hebt euch nach und nach wieder, nachdem die heilenden Hände von Leertmann Freisopp euch wieder zurück in die Realität geholt haben. Die silbern sprengelnden Augen von seiner Heiligkeit könnt ihr noch sehen. Das dritte Auge auf seiner Stirn schließt sich wieder und verschwindet, so als wäre es nie da gewesen. Immer noch vor euch brennt der Tempel. Die Kämpfe um euch herum sind zwar wieder leiser geworden, denn die Burgbesitzung hat ebenso die weiteren Homeria, Zelliten, Krakonier und die Ungeheuer aus der Tiefe zurückgeschlagen. Doch das eigentliche Ziel habt ihr verfehlt. Der Tempel wurde entweiht, das könnt ihr auch von hier aus schon sehen. Und so erhebt ihr euch, gemeinsam mit Leertmann auf der Brücke. Dank euer Heiligkeit, aber weiter zum Tempel? Wir sollten, oder? Ja, wir sollten. Geht das euch wieder gut? Das ist den Umständen entsprechend, aber ab vielen Dank. Meine rechte Hand hat darauf gehört, viel zu tun. Wir haben ja das geschafft. Ja, aber ich kann euch keine neue schenken. Es tut mir leid. Die Götter sind gnädig und ihre Macht ist groß. Sie werden mir eine neue zukommen lassen, wenn ich es verdient habe. Kommt jetzt erst einmal. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Tempel sieht verloren aus, aber wir können ihn nicht kampflos aufgeben, nicht wahr? Ja, ihr habt ja recht. Rafim, geht's dir gut? Ja, Rafim würde immer noch sich umblicken. Ich denke, jetzt sollten wir etwas leiser vorgehen, richtig? Mhm, was auch immer da auf uns wartet. Sie werden die Welle bereits überwunden haben. Ja, Rafim würde einmal sein Durchziehen und sich selber ein bisschen in den Arm schneiden. Chor, vielen Dank für deinen Segen, aber wir brauchen ihn jetzt nicht mehr. Ich klicke auf das Blut, das ich bereits am Boden vergossen habe und denke mir innerlich, Chor, hast du deine Hauptvergabe? Behalt sie. Ja, und Rafim würde wieder im Angesicht der anderen, naja, zumindest optisch schrumpfen. Und die Blitze, die über seinen Körper wandern, hören auf. Ach, ach. Was habt ihr eigentlich da hinten gemacht? Ich habe irgendetwas gesehen, das von Bacher runtersprang. Ja, irgend so ein Krakoni hat sich ausgegeben als Diener von Chor, aber dem habe ich gezeigt, was Angst ist. Ein Einzelner? Er kannte euch wohl nicht. Ja, aber was habt ihr hier eigentlich gemacht? Das sieht ja schrecklich aus. Hm. Kletterten auf die Brücke. Ich habe Mira war sehr... Sagen wir mal hilfreich. Ich bin mir nicht sicher, wer hier wen geritten hat, aber sie hat sehr zielstrebig den Magier. Ja, ja, dann tritt nochmal seinen Stab irgendwie, der hat ja kleppernd über die Holzdielen. Dann hat sie sehr zielrichtet. Und dann hat sie total erzählen, ich dir seh das ja. Ja, ja, habe ich hier beigebracht. Immer auf den Magier, die sind gemein. Nee, da war ich aber nicht gewachsen. Oh, sind die stark. Beritessen kommt Bruder Ardebert ebenso angelaufen. Das ist ja furchtbar, das ist ja furchtbar. Seid ihr verletzt? Oh, ein Monster. So viele. Ihr seid wirklich stark. Seine Erhabenheit hat sich schon um unsere Verletzten gekümmert. Weiter rein, der Tempel. Ja, der Tempel. Gut, folgender Plan. Leotmann, euer Gnaden. Ihr haltet euch hinten. Baltas wird euch ein wenig Gesellschaft leisten, nicht wahr? Ja, ja, natürlich. Das kriegen wir schon hin, ich war der Erdmann. Ja, natürlich. Ja. Wie bei Lido Kork. Wir überqueren jetzt die Brücke und arbeiten uns durchs Stadtviertel in der Hoffnung, dass es dort noch nicht so vor Feinden wimmelt. Und hoffen dann, dass wir in den Park kommen. Wenn wir dort aufgereizt sind, werden wir erstmal uns umsehen, wie der Feind aufgestellt ist und dann versuchen, unseren Weg in den Tempel zu nehmen. Dann reinigen wir diesen und befestigen ihn, verteidigen ihn, solange bis ein Satz kommt. Ach so, eine Sache wäre vielleicht noch wichtig für mich zu wissen, Erdmann, mit seiner speziellen Gabe. Bist du da in der Lage, auch in magischer Dunkelheit zu sehen? Also wenn ich zu unserem Schutz etwas wirken würde, könntest du dich zurechtfinden? Nein. Ja, dann blickt kurz, blickt kurz in den Himmel. Wer hat die Sonne? Die Sonne geht auf. Also ihr habt die Morgenszeremonie relativ früh abgehandelt. Und ja, du kannst noch immer diese Leuchtturm-Variante des Flimflamm sehen, die beantwortet worden ist durch den Sturm der Infanterie. Aber die Sonne geht auf. Der Wächter der Nacht dankt, der Wächter des Tages erscheint. Ja, das ist jetzt Zeit, Ehrenfall zu sterben, oder gar nicht. Kommt. Ich sage, wir sterben gar nicht. Der Plan. Ja, und so wird Jalan voran, erhofft, dass Rafim irgendwie neben ihm geht und er nicht ganz alleine da steht und den ersten Heimbrustbolzen frisst. Ja, Jalan, vielleicht solltest du dich ein bisschen unter die Reling drücken. Rafim würde mal nach einem, naja, nicht ganz zerfressenen Gegner Ausschau halten. Boah, der wird reichen und hält ihn mal so als Schild vor sich. Und dann marschieren wir, oder arbeiten wir uns in der Stadtviertel vor. Heißt das die alte Festung, oder ist die alte Festung irgendwie dieses Bauwerk hier? Ja, die alte Festung ist das Bauwerk, was wohl in der Mitte steht. Mittlerweile auch nur noch Ruine durch die Zyklopenbeschüsse, die über viele Jahre hineingebrandet sind. Aber ihr könnt dann das alten Ilsur betreten, beziehungsweise über die Herzogunibaldbrücke hinüber und dann an den Ruinen vorbei. Ihr könnt keine weiteren Krakonier, Homerier, gezücht aus der Tiefe erkennen. Die haben sich wohl alle gegen Klipstein gestürzt, als sie hier aus der Dogul nach oben traten, beziehungsweise unter dem Seetankteppich dann sich nach oben gekämpft. Die Seeadler, wie gesagt, das Ganze eben begleitet von See aus, während Burg Klipstein runtergeschossen hat. Und ihr könnt alten Ilsur relativ frei dann betreten und euch in Richtung des Parks der Ruhe treten. Es gibt auch keine weiteren Pfeile, die nach euch geschossen werden. Es ist alles still, bis auf die Flammsäule, die jetzt nach oben lodert und der Parane-Tempel, der da für alle offensichtlich niedergebrannt ist, der Tempel entweit. Als wir über die letzte kleine Brücke in Richtung des Parane-Tempels geht, könnt ihr wohl sehen, wie eine Blutspur im Sand zurückgeblieben ist und irgendjemand hier wohl viel Blut vergossen hat, absichtlich und so etwas wie einen Kreis gezogen hat, auch wenn es nicht ganz reicht, um den Tempel zu stürzen. Aber wenn ihr euch ein bisschen orientiert, es ist wirklich dunkel hier durch die ganzen Bäume, die hier stehen, durch die ganzen Büsche, die man benutzen könnte. Aber der Tempel, auch wenn er hier brennt, es gibt einen kleinen Schrein, der davor steht und jemand, der daran genagelt worden ist. Daneben steht noch jemand, der wohl gerade einen Hammer in der Hand hält und euch noch nicht bemerkt hat. Zu eurer, ja, Verwunderung nicht ganz, aber zu, ihr könnt den Frevel einfach erahnen, wie hier jemand Travia verraten hat und dann gerade von der Nordweide der Oberst, der Verräter, den ihr so oder so schon enttarnt hattet, zumindest in Gedanken, der hier seine Frau angeschlagen hat und preine geweihtes Blut vergossen hat, den Weg für Xeran geebnet hat. Hat euch noch nicht entdeckt. Er starrt und schlägt sich die Hand vor den Mund, aber gibt kein Laut von sich. Ich wirke ein Silenzium, damit wir uns auch weiterhin nicht verraten. Ich kenne Boltax ja nur schon eine Weile und er macht das ziemlich oft. Wenn er wieder ansetzt, werde ich nur kurz warten, bis er fertig ist. Ich will den anderen einmal der Mund dazu nicken und dann losspringen. Ich wurde meine Ballastrien aus meinem Beinholzer ziehen und die gespannt ist und ebenfalls ihm nacheilen. Ja, ich würde mitlaufen. Ja, ihr seid so ein bisschen an die Geschwindigkeit von dem kleinen Beutax gebunden mit seinen Stummelbeinchen, aber Jalan, auch wenn du von Rache getrieben ihn ganz gerne sofort niederstrecken möchtest, bist du doch an Beutax gebunden und so könnt ihr näher herantreten. Er hat euch immer noch nicht entdeckt in der Dunkelheit der Bäume. Wenn nichts passiert, würde ich diesen Sturmlauf fortführen und ihm das Schwert von hinten ins Kinnick hauen. Ich bin schon fast, dass ich das so ein bisschen an das Blitz auf den Kinnick 겁니다 bin.